Eine günstige 3&1 Burg, Funktionen wie in einem Technikmodell, eine 3D-Grundplatte wie in den 90ern, bespielbar wie ein Puppenhaus von Polly Pocket. All das bekommt ihr mit meinem Umbau des Bergfrieds der Burg Bärenfels von Bluepricks, der sämtliche Teile des Sets verwendet. Die Bergfried-Erweiterung von Bluepricks macht meiner Meinung nach wirklich viel richtig. Allerdings muss man zum Bespielen die einzelnen Stockwerke abnehmen, was ziemlich umständlich ist. Außerdem sind die verwendeten Bautechniken ziemlich verschwenderisch. Bei 1140 Teilen sollte doch eine komplette Burg drin sein, oder? Zumindest sehe ich das so und habe deshalb daraus diese Bärenfelsfestung gebaut. Die Basis dafür stellt dieser Bärenfels dar, der aus der ersten Hälfte der Steine besteht. Dieser orientiert sich an den beliebten 3D-Grundplatten von Lego, löst aber das große Problem, dass man nicht so leicht ans Innere der Gebäude herankam. Um das zu ermöglichen, kann man die hintere Ecke aufklappen. Da keine Scharniere im Set dabei sind, musste ich kreativ werden. Das Ergebnis funktioniert aber sehr gut. Innen findet man ein Kellergewölbe, das durch eine Pfeiltüre mit Hilfe einer Leiter erreicht werden kann. Unten werden Fässer, ein Leib Käse und weitere Vorräte und Utensilien gelagert. Und in einer Nische ist sogar ein Schatz versteckt. Auch ein Brunnenschacht ist in den Felsen integriert. Dieser ist unten offen, sodass man hineingefallene Dinge leicht wiederbekommt. Für den sicheren Transport hält ein Technikpin den Bärenfels geschlossen. Zum Bespielen entfernt man diesen aber am besten. Mit 26x26 Noppen ist die Grundfläche etwas kompakter als beim Vorbild. Allerdings deutlich größer als die Grundfläche des Originalmodells von Blue Bricks. Natürlich könnt ihr auch andere Modelle als eine Burg auf den Felsen bauen. Die bis hierhin übrigen Teile sind perfekt für verschiedenste Häuser. Wenn ihr aber mit meiner zweiten Anleitung diese Festung baut, werden dabei alle Teile des Sets verwendet. Auch die zusätzlichen Türen, die beim offiziellen Modell übrig bleiben. So bleibt alles zusammen und ihr könnt jederzeit ganz entspannt das jeweils andere Modell bauen. Hinter dem Torbau führt eine Rampe zum Hauptgebäude, das über eine Terrasse mit dem vorderen Türmchen verbunden ist. Von dort führt ein Wehrgang zum Torbau. Die Farben Gelb und Grün schmücken die Festung an verschiedenen Stellen. Neben zwei Flaggen gibt es ein großes Banner am Turm und zwei kleinere über dem Eingang. Auch eine Rose, die an der Seite der Rampe wächst, sorgt für etwas Farbe. Der Eingang zum Hof ist gleich dreifach gesichert. Eine Zugbrücke kann über das Pflanzenelement an der Seite hochgezogen werden. Dahinter befindet sich ein Fallgatter, das mittels eines Hebels von innen ganz komfortabel bedient werden kann. Und eine Holztüre darf natürlich auch nicht fehlen. Auch der Eingang ins Innere ist mit zwei Holztüren gesichert. Dank des aufklappbaren Felsens darunter kann man den sinnvoll aufgeteilten Innenbereich auch mit großen Händen gut erreichen. Hinter der Eingangstüre befindet sich die Küche, die über eine Feuerstelle mit Kessel und Pfanne verfügt. Hier gibt es auch einen Esstisch mit Schemel und ein paar Vorräte, wobei die meisten davon im Keller darunter lagern. Direkt neben der Küche, im Innern des kleinen Turmes, steht ein Eimer neben dem Brunnen, der auf gar keinen Fall fehlen darf. Über einer Holztreppe gelangen die Bewohner nach oben, wo hinter einer weiteren Türe das Schlafgemach mit gemütlichem Bett zu finden ist. Auf der anderen Seite dieses Zimmers gibt es auch einen Kamin und ein Schreibpult mit einem weiteren Schemel und einem Tintenfass sowie Pergament. Eine schlichtere Holztüre führt über die Terrasse und das Türmchen zu einer Berüstung in Richtung Hof, wo der Mechanismus des Fallgattes bedient werden kann. Ich habe sehr darauf geachtet, dass ihr mit meiner Bauanleitung ein schönes Bauerlebnis und ein stabiles Ergebnis bekommt, das ohne Sorge bespielt werden kann. Wenn ihr beim Bau, der zugegeben etwas knifflig ist, etwas mitdenkt und hier und da gegenhaltet, kann nichts schief gehen. Hat euch etwas an dem Modell überrascht? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen.